Herzlich Willkommen zu diesem neuen FM23 Experiment. Heute probieren wir es ganz anders aus als bisher. Wir fokussieren uns nämlich heute auf die ganzen großen Ligen, denn ich habe jedem Verein aus den Top 5 Ligen und aus der portugiesischen Liga und der Eredivisie eine Transfersperre gegeben. Und wir schauen einfach mal, wir sind jetzt im Jahr 2050, was so in 28 Jahren im Weltfußball passiert ist, wer jetzt die neue Macht ist, was mit den ehemaligen Top-Vereinen passiert ist und ja, das ist ein ganz anderes Experiment als das, was in echt gerade passiert, denn in echt, da gehen die Transfersum ja immer mehr in die Höhe von Chelsea, gibt es in einem halben Jahr 500 Millionen aus, hier halt nix. Man kann nur in die Jugendarbeit investieren und wir schauen, welche Teams das besser gemacht haben und welche Zweitligisten oder welche, ich sag mal schwächeren Ligen, hier innerhalb 28 Jahre gute Arbeit geleistet haben und vielleicht eine Macht in deren Land sind oder eine Macht in Europa sind. Als erstes gehen wir rein in die vermeintlich von den sieben schwächste Liga und zwar in die portugiesische. Wie ihr seht, am Meister ist FC Porto, das ist zum Ende mal nichts Ungewöhnliches, aber man sieht schon bei Platz 2 und 3 Farense und Javis, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, auf jeden Fall sind die auf Platz 2 und 3. Das ist schon mal unterschiedlich, Braga und Benfica dann immer noch weiter an der Spitze und Sporting noch im Mittelfeld. Der Rest ist sehr neu auf jeden Fall, aber hier ist nicht die größte Warschung da, aber auch, muss man sagen, dass Sporting, Benfica und auch Porto eine sehr, sehr gute Jugendarbeit in echt auch haben und hier in dem Spiel auch, also hat sich das wahrscheinlich über Jahre gezeigt. Was man hier bei der Siegerliste auch sieht, die letzten 6 Jahre hat Porto dominiert, das wird denke ich häufiger so sein, weil man kann ja keine Transfers tätigen bis halt jetzt und das dann so eine Generation Spielern für Jahre dominiert, das ist dann denke ich logisch. Hier werden wir ein bisschen weiter unterscrollen, einmal konnte es Farense werden, aber sonst wird es immer die ganze Zeit Porto, 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 Porto dann hier jetzt mal Benfica, aber Porto war wirklich die Dominanz, wir können auch noch 20 Jahre zurücksehen, da muss ich hier glaube ich größer draufklicken, ja genau hier. Also es war Porto Dauermeister geworden, quasi. Also die wurden ein paar Mal unterbrochen, aber es zeigt sich ja in der Dominanz vom FC Porto. Wir sehen auch die Eredevise ist ganz schön abgekackt, die sind nur noch die 13. Top-Liga, also die haben richtig reingeschissen, obwohl, man muss ja sagen, obwohl Ajax eine verdammt gute Jugendarbeit hat und da schauen wir jetzt einfach mal rein. Da sehen wir es auch direkt, Zwolle ist aktuell Meister und Ajax ist nur 6 da, also die gute Jugendarbeit konnten sie nicht halten. Ich glaube, ich habe hier, na doch, ich habe die zweite Liga simuliert aus Holland, aber hier hat sich auch sehr, sehr wenig getan. Man erkennt immer noch, viele Vereine sind auch heute, heutzutage, also echt jetzt, wir reden vom echten Spiel, auch in der ersten Liga, da hat sich nicht so viel getan. Aber man sieht, Zwolle ist Meister, Feyenoord immer noch oben und PSV nur 9er. Und hier rechts in der Siegerliste erkennt man auch Zwolle, ja, in den letzten Jahren auf jeden Fall dominant. Zwent war mal da, Utrecht, Zwolle, Groningen da auch mal Ajax, Zwolle, davor war halt sehr viel Ajax, glaube ich, wenn wir hier auf die Gesamtheile gucken. Überwiegend Ajax, auch mal Feyenoord und auch relativ oft zwischendrin PSV, nicht PSG. Okay, jetzt gehen wir in die fünfte Liga von den Top-5-Ligen. Ich glaube, die Bundesliga machen wir zuletzt, weil das betrifft die meisten von euch, würde ich sagen, weil das ist noch so die spannendste Liga. Wir machen jetzt aber erstmal in Frankreich weiter. Ja, hier ist es wie gewohnt, Paris am besten. Gut, haben das Meistergild, haben wahrscheinlich auch die besten Jugendarbeiten. Und hier rechts in der Siegerliste sehen wir 5x Paris, 2x Lille, überwiegend halt Paris. Aber hier wird es ganz schön spannend, da kamen einmal Monaco und hier mal Angers und Ajax, die sich hier mal darum gestimmt haben. Auch mal Reims, aber sonst sehr oft PSG. Hier können wir auch sehen, Rennes und Brest und ein paar Mal Monaco. Ja, aber Dominanz von PSG, mein Gott, Paris ist geblieben. Auch sehr interessant. So, und was in der Serie A abging, ist wirklich, ich glaube, das ist eine der wildesten Tabellen, die wir hier so sehen. Inter ist hier abgestiegen tatsächlich. Roma, also die A ist Roma, hat es ganz knapp geschafft, in der Liga zu bleiben. Juventus noch ein Mittelfeldteam. Milan, ja, hat die europäischen Plätze verpasst. Neapel ist immer noch Champions League, aber der meiste ist einfach Bari. Bari, ich weiß nicht mehr, was Bari ist. Wir können hier in die Chronik sehen. Die kamen ganz aus der Serie C sogar. Also, ja, jetzt sind die hier meistens auf Platz 2 und 3, kennt man nicht. Tanana und Brianza und Pisa auf 5. Das ist sehr wild. Aber irgendein Spitzteam Lazio. Ich weiß nicht, Lazio ist hier nicht, glaube ich. Ne, Lazio fehlt auf jeden Fall. Die sind einfach abgestiegen, da können wir gleich nochmal nachschauen. Ja, wir sehen auch hier in Serie B sind große Teams wie Florenz, Lazio oder auch Atalanta. Und Udinese geht sogar in Serie C runter. Das ist schon sehr wild. Aber jetzt gucken wir nochmal auf die Siegerliste der Serie A. Ja, hier sehen wir Bari war es hier zuletzt und davor zweimal Neapel. Dann Ternana. Milan konnte es vor ein paar Jahren auch mal werden. Ternana, ja, die hatten ihre vier guten Jahre. Na gut, es wird immer noch gut. Dann war es ein wilder Mix. Hier war tatsächlich keine Generation so richtig dominant. Dann Juve zweimal, Neapel ein paar Mal, Milan ein paar Mal, Juventus. Auch mal Inter. Also das war ganz schön abwechslungsreich. Gut, am Anfang der Karriere war es Inter oder Juve sehr oft. Da haben die sich eigentlich nur gestritten, bis dann auch irgendwann Milan dazwischen gefunkt ist. Gut, dann gehen wir weiter in die La Liga. Hier könnte man auch meinen, es ist nichts passiert. Atletico zwar Meister ist relativ ungewöhnlich, aber Real auf Platz 2 und Barcelona auf Platz 3. Auch Villarreal auf Platz 4 und Valencia auf Platz 5 ist nichts Ungewöhnliches. Können wir eigentlich direkt auf die Siegerliste schauen. Da sehen wir, Atletico Madrid hat zuletzt gewonnen. Davor 5 Mal Real Madrid. Dann mal Barcelona, Real. Villarreal konnten sie auch mal einmischen. Aber dann war es ein überwiegender Streit zwischen Real und Barca, den mehr Real Madrid gewonnen hat. Auch Villarreal war einmal dabei und auch seit Anfang der Karriere immer Real oder Barca. Also Atletico wird jetzt tatsächlich das erste Mal Meister konnte. Auch ein paar Mal Vizemeister werden, aber nicht oft. Die Premier League, da sehen wir es auch sehr, sehr wild geworden. Wir sehen die Top 3 ist mal wieder relativ normal. Liverpool, Chelsea, Arsenal. Auf Platz 4 war schon Luttentown, die hier. Wenn wir auf die Chronik gehen in Liga. Ja, hier sind sie noch Liga 2. Ich kann glaube ich nicht, doch hier kann ich auf die Chronik gehen. Ja, die sind auf jeden Fall in Liga 2 gestartet und sind jetzt, ja, ganz gut dabei, würde ich sagen, wenn sie Champions League spielen. Man City noch ein Mittelfeldteam, Man U auch noch ein Mittelfeldteam. Also Manchester ist abgekackt, Tottenham als Tabellenletzter abgeschlagen, abgestiegen. Das ist schon ein krasser Downfall, den die hier erlebt haben. Und in der Siegerliste sehen wir, es war eine Dominanz von Liverpool über 13 Jahre hinweg. Was ja für die Premier League sehr, sehr ungewöhnlich ist, dass da mal ein Team jahrelang dominiert, wie in der Bundesliga zum Beispiel. Hier sehen wir Liverpool für 13 Jahre. Ja, davor Arsenal, Chelsea, aber auch Liverpool dann dreimal, dann wieder ein paar Mal Arsenal. Arsenal hatte gute Jahre. Und am Anfang der Karriere war es, ja, Liverpool, Arsenal und Man City eigentlich nur. Chelsea konnte dann einmal in diesen 28 Jahren Meister werden, aber sonst waren das die drei. Und jetzt zuletzt, also als letzte Liga, wir machen natürlich gleich noch die europäischen Wettbewerbe, gucken wir jetzt auf die Bundesliga. Und was in der Bundesliga passiert ist, ist auch, also das war sehr, sehr krass, weil das ist natürlich noch nicht so eine Kommerzialisierung. Der Abstand zwischen den ersten und zwei Ligas ist noch nicht so groß wie in anderen Ligen. Wir fangen mal unten an, wir sehen, Leipzig ist abgestiegen, das wird die meisten von euch hoffentlich freuen. Mich freut es auf jeden Fall. Der Dortmund auf Platz 15 ist natürlich, ach, die konnten ihre guten Champions League-Gelder auf jeden Fall nicht in die Jugendarbeit investieren, sag ich mal. Auch wenn Dortmund ja eigentlich eine ziemlich gute Jugendarbeit hat. Auf Schalke hätte ich erwartet, die sind gar nicht in Liga 1 dabei. Können wir auch gleich nochmal gucken, wo die jetzt stecken. Dann sehen wir in der Conference League, spielt Bayern München. Und die Top 7 ist, ja, gespickt nur noch von einem originellen Erstligasen, zwar Hertha, die hier auf Platz 7 sind. Davor kommt Nürnberg, Hannover, Darmstadt, die dürfen natürlich alle Transfers tätigen, deswegen ist das für die natürlich leichter. Und dann die Top 3, die sich sehr krass absetzt, weil eigentlich ist die Liga ganz schön eng, wie man sieht an den Punkten, aber die Top 3 setzt sich sehr krass ab. Das sind Düsseldorf, Bielefeld und der HSV. Der glorreiche HSV ist hier wieder auf Platz 1. Das könnte auch einige von euch freuen. Wir sind auch hier rechts, dann viermal Meister geworden, dann zweimal Bielefeld und dann eine lange Dominanz vom HSV seit 2035 und davor war es durchgehend Bayern. Da war auch mal HSV Vizemeister, auch mal Dortmund, auch mal Stuttgart hat ein paar gute Jahre. Ja, aber die Bundesligameisterschaft wird dominiert von Bayern, dann kam HSV und dann wurde sie dominiert vom HSV, zweimal unterbrochen durch Bielefeld. Sehr, sehr wild, was auch hier passiert ist. Wir gucken nochmal in die zweite Liga, weil ich habe euch ja gesagt, wir gucken, wo Schalke jetzt ist. Und wir sehen, Schalke tümmelt sich hier im Mittelfeld rum, also deren gute Jugendarbeit konnten sie auch nicht wirklich nutzen. Stuttgart konnten sie ja zeitweise nutzen, die sind jetzt auch wieder aufgestiegen, aber na gut, wenn man in der zweiten Liga steckt, ja und wir sehen auch in der Siegerliste hier rechts, die waren auch öfter mal zweite Liga, auch Leipzig und Leverkusen. Leverkusen hier vierter, Hoffenheim dritter, Freiburg zweiter, kennt man ja auch einige. Werder und Gladbach befinden sich im Abstiegskampf mit der zweiten Liga. Und dann gucken wir nochmal eben in die dritte Liga, ob wir da auch noch einen bekannten Bundesligisten finden. Wir sehen auf jeden Fall, dass die Zweitmannschaften der guten Bundesligisten hier, Hertha und Hannover und Düsseldorf mit dabei sind. Aber aufgestiegen sind dann tatsächlich Eintracht Frankfurt, die hier sehr krass abgekackt sind. Und Kreuter führt. Köln befindet sich mittlerweile auch in der dritten Liga. Bochum auch Union Berlin. Und ich habe Augsburg irgendwie gar nicht gesehen, also die können noch weiter abgekackt sein. Das sehe ich hier nur nicht, weil ich habe keine Mod, ich sehe nur die ersten drei Ligen. Also vielleicht habe ich Augsburg auch verpasst, aber hier sehe ich sie nicht. Ich habe sie gefunden. Wir sind in der zweiten Liga siebter, dann war es nur mein Fehler. So, wir sind jetzt in der Conference League, die hat ja hier sowieso am Anfang, wie ihr seht, erst mit Roma begonnen. Das kennen wir alle noch und auch Villarreal wissen. Ne, Villarreal ist auch schon in der Karriere passiert, dann ist alles gut, habe nichts gesagt. Dann sehen wir ja auch, war auch ein sehr wilden Mix an Conference League Siegern. Klar, mal ein paar aus Top-League, Eston Villa, Monaco, West Ham, auch mal Atalanta kennt man. Hoffner als deutscher Chelsea sogar 34, 35. Da waren die sogar Meister, glaube ich, das müsste das Jahr ungefähr gewesen sein. Dortmund konnte es 38, 39 auch werden, da merkt man schon den Downfall, aber vorher auch mal Chelsea wieder. Tottenham konnte es 46, 47 werden, die ja jetzt abgestiegen sind, davor Manchester United. Da sieht man auch, Nürnberg war zweimal im Finale, aber beides mal verloren. Oft sehen wir hier einen Sieger aus der Premier League, also die scheint immer noch sehr dominant zu sein, was den europäischen Fußball angeht. Dann kommen wir jetzt zu den etwas spannenderen Wettbewerben, aber wir beginnen erstmal mit der Europa League. Hier können wir sehen, dass auch hier die Premier League relativ dominant ist. Arsenal direkt gewonnen, dann auch Juve, da waren ja natürlich die Kader auch noch relativ stark. Inzwischen nochmal Milan, Tottenham, Manju und Chelsea, die ein paar Jahre darauf auch die Conference League gewonnen haben. Chelsea hier auch mehrmals vertreten, da war 28, 29 Manchester United gegen Borussia Dortmund im Finale. Wildes Finale, dafür, dass es in Anführungsstrichen nur die Europa League ist, auch Tottenham konnte mal gewinnen. City, also man merkt überwiegend Premier League, klar auch Mariale Hispales, also Betis Sevilla dabei. Aber wenn man weiter oben guckt, Manchester United und Manchester City sind oft auch hier vertreten. Also Conference League und Europa League. Man sieht, Dortmund war hier nochmal im Finale, auch Bayern war mal im Finale, 20, 43 gegen Cardiff. Wolfsburg hier 33, 34 auch Stuttgart. Also einige deutsche Feinde konnten zumindest ins Finale schaffen, wenige haben dann auch gewonnen. Aber 49, 50, also das letzte Jahr sehen wir Bari, den portugiesischen Meister, der Zweiter gewonnen ist gegen Darmstadt. Also haben wir zuletzt auf jeden Fall einen deutschen Sieger. Und jetzt gucken wir nochmal in die Champions League rein. Wir sehen hier anfangs eine sehr klare Dominanz der Premier League innerhalb der ersten sechs Jahre. Einmal konnte es Real Madrid werden, aber sonst City, Arsenal und Liverpool. Nach kam eine größere Dominanz von Barcelona und Real Madrid. Zwischendrin kommt mal Watford, die Champions League gewinnt. Danach wurde es ein bisschen Premier League lastig mit Liverpool und Burnmouth. Burnmouth hier im Finale auch gegen HSV. Also sehr, sehr wild, was hier mit diesem Szenario und einigen Jahren mit dem HSV passiert. Dann, ja, Barcelona mal, Atletico auch, Watford hier 1939, 40 gegen Liverpool. Also sie konnten sogar zweimal gewinnen. Dann mal Villarreal wieder, die vorhin ja auch die Conference League mal gewonnen hatten. Dann, dann zum Ende hin wieder Liverpool, Barca, aber hier tatsächlich auch zweimal der HSV. Also HSV, da stehen glorreiche Zeiten dann nur vor. Und zum Ende noch mal zweimal Villarreal, aber so eine richtige Dominanz. Eines Vereins konnten wir nicht erkennen. Klar, Barcelona hat sehr oft gewonnen. Aber so eine richtig, richtig krasse Dominanz, weil das sind sechsmal jetzt in ungefähr zehn Jahren. Das hat Real Madrid jetzt auch geschafft, also in echt, wo Real ja auch sehr dominant war. Schon eine kleine Dominanz, aber keine sehr riesige. Ja, ich glaube, wir haben jetzt einen groben Überblick über diesen Spielstand mit 28 Jahren Transfersperre erhalten. Wenn ihr noch Wünsche habt, was ich euch zeigen soll, kann ich natürlich hier immer reingucken. Schreibt einfach mal in die Kommentare ein paar Fragen und ich gucke dann, ob ich sie beantworten kann. Ähm, ja, sonst lasst gerne ein Like da. Abonniert auch gerne den Kanal, wenn ihr weitere solche Videos sehen wollt. Ähm, da werden auf jeden Fall in Zukunft weitere kommen. Ähm, ja, äh, schreibt gerne Kommentare, hab ich schon gesagt, glaube ich. Dann war's das. Äh, ciao. 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 Ciao.